Musik Diese Spielform bezweckt, Beobachtungs- und Entscheidungsfähigkeit der Spieler zu fordern. Hat der Ball die Schnur passiert, erfüllen alle Spieler der Mannschaft, die ihn zuletzt berührt hat, eine Zusatzaufgabe, zum Beispiel auf dem Bauch liegen. Normal soll ein Spielaufbau über mindestens zwei Stationen sein. Sieht ein Spieler eine Chance, mit dem ersten Ball Erfolg zu haben, entscheidet er sich für diese Lösung.